So greetings an alle befleckten. Ihr seht das Ellenring, ich habe es auf der Xbox schon angezeigt, jetzt eine Stunde, weil wenn du auf Neuseeland einstößt, kannst du zwölf Stunden Eger, Eger zocken, jetzt habe ich es aber mit der Post auch einen Tag Eger gekriegt auf der Playstation 5 da, da zock gesetzt hat. Also starten wir mal. Was nehmen wir da? Ich glaube ich nehme einen Astrologen das erste Mal. Körpertyp. Also passt. Ohne. Ja, ich bin jetzt zwischen old und sau old. Ja, da wollen wir ja wachsen. Andere Ecken, ich habe keine Ahnung. Ich nehme aber einen Schlüssel. So, ich habe vorher auch da, ich weiß zwar nicht für was das der ist. Zwei Steinschlüssel in Schwertform. Das passt schon detailliert. Ich tue jetzt da nichts. Am Anfang werde ich jetzt mal überspringen, weil das kenne ich schon. Stimmerschein, Stimmerscheinbogen. Waffenhäu A. Was ist denn das eine Nachricht? Genau, mit dem kann man Nachrichten schreiben. Runzliger Finger des Bepflegen. Kapelle der Erwartung. Ich habe aber überhaupt kein Ding nicht. Kaum an einer Flaschen. Ja, da kommt jetzt ein Boss. Der werden wir jetzt gleich vernichten. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Opian Untertitelung des ZDF, 2020 Materialien, okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the good youth. I am afraid I can play the role of Maidens, turning Wounds into strength, to aid you in your search for the Elven room. You will only take me with you to the foot of the earth tree. Yes, of course. Summon me by grace. Ah, I bequeath to you. Use it to traverse great distances. It will become an effectual thief. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okay. So. Weg. Weg. I will now go back. I will now go back. I will now go back. In meinem Beutel. Ach so geht's. So. Also den Sturmwind hätten wir schon einmal. Was warst denn du? Soldatenhelm. Okay. Ich brauche da auch noch ein Schild. Abwehr. 58% Grad. Das ist schlecht. Das kann ich praktisch jeder Pfeiffer rauken. Okay. Seien wir da auch etwas anschaut. Das kann ich dort sehen. Aber ein Schild ist mitz geht's, das können wir davon니다m. Gibt es? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Na, neat! Den muss ich jetzt ja wie von Sekiro Dünne Pestienknochen Dovidiova Mithilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen Talente zu verleihen, okay Mit Hilfe des Schleifmessers könnt ihr Um eure Waffenaffinitäten, okay Kriegsasche und Affinitäten Ein Schleifmesser Ups Was ist das g'seng? So schnell geht's So, genau das zorgt's mal, um den Kompass, aber meine Seelen, sag ich jetzt mal, beziehungsweise meine Ruinen liegen Hä? At der Hinterns Was ist das? 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 Was ist das?